Hi Ich werde das jetzt hier üben, üben, üben. Darum geht´s. Ich könnte mal gucken, ob ich nicht ein bisschen zu schwer bin, ob ich mich irgendwie, dass die Rolle schneller wird. Einmal kurz wieder in die Steuerung reinkommen, aber es müsste eigentlich gehen. Ah, der macht dieses Schockzeug. Hm, da komme ich noch nicht so ganz weg. Ganz drauf klar auf seine Attacke hier. Ja, auf die auch nicht. Hm, auf die wohl auch nicht. Schon wieder zu früh gedrückt. Da habe ich jetzt zu spät gedrückt. Das war dumm von mir. Ja. 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 Ja, da werde ich viel üben müssen jetzt. Ich brauche hier glaube ich wirklich perfekte Blocks. Ja. 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 Ja, und den Kumpel da oben, den, da werde ich jetzt einfach wie gesagt üben, üben, üben müssen. Ich würde einfach mal wissen, dass ich da die perfekten Blocks besser treffe. Jetzt hinten raus war es schon gar nicht schlecht. Aber das geht auf jeden Fall besser. Grüß dich Sepp, hi Aua, ach Mensch Ihr müsst mich doch nicht fraggen hier Bevor ich überhaupt da oben angekommen bin Die Herren, schreibt der Sepp Woher willst du das wissen? Du bist doch immer der, der sagt Wir haben 2024, jeder kann selber entscheiden Was er ist Oh, ok, den Kick kann er wohl auch 2% Damen unter den Zuschauern Ja, stimmt Ah, verdammt Ich glaube mittlerweile sind es sogar noch weniger Durch Tarkov jetzt Das ist der dümmste Boss in Lies of P Danke für die Info, ok Den ersten Tag direkt durchgespielt, ok Da musst du aber lange schlafen, so viel mache ich nicht Ich werde am Freitag um 0 Uhr ein bis zwei Aufnahmen machen Mehr nicht, also ein bis drei Stunden Mal gucken, wie lange ich dann eine Aufnahme mache Ich muss das ab und zu auslaufen lassen Ich muss das ab und zu auslaufen lassen Ja, ich habe schon gemerkt, irgendwie Ich dachte erst, wenn es voll ist Aber es ist schon vorher, ne Und dann werde ich die Nacht dran sitzen Freitag früh Ab, keine Ahnung 2 Uhr, 3 Uhr morgens Werde Videos schneiden, verarbeiten Und hochladen auf YouTube Thumbnails machen fürs DLC Und dann irgendwann morgens ins Bett gehen Wenn ich hoffentlich das erste Elden Ring DLC Video direkt Ach fuck War ein anderer Move, den er da macht So, dann muss ich es jetzt auslaufen lassen Weil meine Ausdauerregeneration jetzt leicht langsamer wird Oh ja, die ist langsamer Wesentlich langsamer, holy shit Ey, das finde ich Das ist, das ist so eine richtig dumme Attacke Diese Rolle Das Das verstehe ich nicht Was das soll Ach, und dann macht der so einen dummen Kick Das ist so eine richtig dumme Attacke Ich weiß auch noch nicht so recht Was ich hier machen soll Ehrlich gesagt Nee, ach come on Ja, das macht richtig Schaden Okay, das habe ich mir schon fast gedacht Dass das, das ist, was man kriegen will Den kritischen Angriff Nee, was zum Och fuck off Ey, diese scheiß Rolle Okay, das ist, was zum Okay So Okay No Okay 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 Nein, Mist. Ich muss da nach rechts ausweichen, nicht nach links. Dann dürfts gehen. Einfach gemütlich drauf einprügeln. Eine andere Prothese ausprobieren. Das stimmt eigentlich. Ich weiß aber nicht, ob ich den Granatwerfer hergestellt habe. Ich probiere es jetzt noch ein bisschen so. Das wird schon gehen. Ich hätte ja eigentlich auch die Möglichkeit, die Fabeldingen, das mit dem Fabelzeug zu machen. Ich habe da ja einen Gegenstände, die das auffüllen. Die habe ich noch nie benutzt, diese Ampullen. Und meine Waffe hat eine sehr gute Fabelkraft, die Haltung bricht. Und damit müsste er ja eigentlich theoretisch schneller auf die Knie gehen. Okay. Einfach mal nicht drücken. Auch eine Möglichkeit. Gut. Satz mit X. Zünden wir mal ein bisschen an. Okay. Ach, die Ausdauer ist nicht hochgegangen. Ah, shit. Das war gut. Shit. Das war nicht gut. 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 Mist. Geht doch. Abzeichen eines hochstufigen Alchemisten. Dankeschön, Sepp. Danke. Einfach ruhig geblieben hier an der Stelle gerade. So, was ist das Abzeichen? Ist das ein... Amulett? Nee, dann wird es wahrscheinlich irgendwie ein Schlüssel oder sowas sein. Amulette? Nee. Kostüm, Geste, Sammlerstück. Ah, ein Sammlerstück. Abzeichen eines hochstufigen Alchemisten. Entriegelungsgerät. Ah, okay. Mach auf das Loch. Abzeichen verwenden. Ich dachte, ich bin hier länger beschäftigt an dem Kumpel. Aber das ging voll klar. Oh Gott. Ah, hier sind wieder so... Ja, wie machen wir das jetzt hier mit euch, ha? Komm mal weg da. Jawohl, danke. Lass mich mal hier durch. Aua. Ich hätte mal meine Heilung auffüllen sollen. Ah, jetzt gehen hier Plattformen nach oben. Okay. Ähm. Ist, glaube ich, jetzt nicht so geil gerade. Ja, einfach wieder runterrennen. In dem Fall, glaube ich, wenn ich das richtig erkannt habe. Und einmal schnell den Stargazer benutzen hier, weil... Ich will ja meine Heilung auch auffüllen. Kann ich Stufen... einen Stufenaufstieg machen? Nee. Dann lassen wir es. Dann halt nicht. So. Ich will nix von euch. Darf ich hier bitte einfach durch? Aua. Ihr habt keine Arme, richtige. Das heißt, ihr könnt auch keine Leitern benutzen. Eigentlich müsste ich da oben dieses Ding kaputt machen. Ah ja, hier. Guck mal. Er wird unsichtbar. Er wird einfach unsichtbar. Der dreckige Köter. Ach, shit. Nee. Jetzt schießt das Ding immer noch. Da war ich ein bisschen zu eilig. Da wollte ich zu sehr. Die da oben muss ich wohl platt machen. Den mit den Keulenhänden. Edward mit den Keulenhänden und... ähm... Den Grützeköter. Kennt ihr Edward mit den Scherenhänden? Großartiger Film. Eine der besten Rollen Eine der besten Rollen von Johnny Depp. Johnny Depp spielt alles so gigantisch gut. Das ist so krass, ne? Ach, guck mal, wie er mich trifft, ne? Lol. Hahaha. Er zoomt einfach hinter mir her. Ach, sowas liebe ich ja in solchen Spielen. wenn der Magnet in meinem Hintern auch verseuchte Keulenhände anzieht. Höern Yani. Geulenhände mit dem Ey, er zoomt schon wieder. Er ist schon wieder hinter mir hergezoomt. Ich muss da nochmal rollen auf der Treppe, anscheinend auf der Brücke. Ich bin ja ganz, ganz schwer am überlegen, ob ich Sekiro überhaupt heute weiterspiele. Was heißt weiterspielen, ob ich Sekiro weiter versuche, muss man eher sagen. Das kann man ja kein Spielen nennen. Weil, keine Ahnung, Spiel verbindet man so mit Spaß. So, zieh ich dich jetzt ab oder nicht? Nee, nicht anvisieren, lass mal bitte. Den guten Loot einfach liegen gelassen. So, Edward mit den Keulenhänden. Ah ja, guck mal, du bist gar nicht so hart. Dich kann ich einfach abziehen. Ich dachte, du wärst ein bisschen härter. Easy. Einfach mit ein bisschen weniger Stress an die Nummer rangehen. So, jetzt ist die Kanone auch. Vernichtet. Ich denke mal... Hier die Treppe hoch geht's weiter. Du Bastard. Zwei davon. Uff, ist das nervig jetzt. Ähm... Kann ich an denen... Ob ich an denen wohl vorbeilaufen kann? Die Frage ist, wo ist der nächste Stargazer? Ähm... Was hab ich denn hier so? Was kann ich auf die werfen? Streu-Granate. Kadaver... Körperflüssigkeit-Flasche. Beursacht Säure. Feuer, Säure, Streu-Granate. Ich würde bitte gerne nur gegen einen von euch kämpfen, wenn das geht. Aua. Okay, zwei Hits und ich bin hinüber. Gut. Aber ich kann nur gegen einen von denen kämpfen, das passt. Zumindest das Geschütz oben ist jetzt mal ausgeschaltet. Ah... Pfff... Lauf ich einfach an denen vorbei? Hm. Ich meine, was mich hier auf dem Weg ja erwartet, ist... Alles halb so wild. Schlimm wird's dann... Ach, dass der mich da nochmal treffen kann. Nicht platzen jetzt. Okay, der platzt wohl doch nicht. Ich dachte, der platzt vielleicht. Ich guck mal, was hier hinten noch geht. Was zum... Schießt der da oben mit... Blödsinn auf mich? Ah, da ist noch eine Abkürzung. Okay. Das ist natürlich angenehm. Dann komm ich gleich hier rauf. Das ist gut. Ich dachte, im ersten Moment hier geht's vielleicht noch höher, aber nee. Du bist ein Bazi. Ah, und ihr Köter seid auch Bastarde. Sooo... Wie machen wir das jetzt gegen den Boy? Gegen die beiden? Ich glaube, ich versuche einmal dran vorbei zu rennen. Du kannst sie nicht von hier aus öffnen. Wat? Wait. Ah, hier geht's hoch. Okay, die beiden... Da kann man ja easy dran vorbeilaufen. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre etwas komplizierter. Ah, und da ist auch schon der nächste Stargazer. Ja, wunderbar. Diese Alchemisten, die wohnen ganz schön seltsam, muss man mal sagen. Ihr seid verrückte Leute. Irgendwelche Voodoo Boys oder so. Keine Ahnung, was ihr hier abzieht, aber... Ganz koscher sieht die Nummer hier nicht aus. Ach ja, ich hab's, ich hab's so gewusst. Nooo... Wo bin ich jetzt? Ach, ich sterb hier jetzt. Okay. Ich hab damit gerechnet, dass da einer steht, aber nicht damit, dass er mich runterschmeißt. Äh, Edward mit den Keulenhänden ist da unten auch unterwegs, hab ich gerade gesehen. Da sind noch mehr davon. Mach die Kiste kaputt. Ey, sag mal. So, nämlich. Ob sich das gelohnt hat, bezweifle es. So, die Tür ist von der anderen Seite zu öffnen. Okay. Da ist die Leiter. Ihr wollt von mir, dass ich in die... In den Nebel da reinhüpfe. Hm. Macht das jetzt... Macht das jetzt Sinn, da erst was kaputt zu machen oder macht es Sinn, einfach durchzulaufen? Ich denke, es macht Sinn, einfach durchzulaufen. Ja, macht absolut Sinn, einfach durchzulaufen. Sich den Stress gar nicht zu machen, da unten. So, hallo? Hier sieht so aus, als würde tatsächlich jemand leben. Lieber Valentinos Monad. Beim letzten Gipfel haben wir... Und war das, ein Brief oder so, ne? Schlüssel. Da unten, Briefe. Beim letzten Gipfel haben wir ehrwürdigen Familien beschlossen, den Bauplan für das Selatorlabor aktiv zu unterstützen. Aha. Ein Selatorlabor. Wo ist die Tür? Da hinten ist ein explosives Fass. Ich werde jetzt mal erstmal die... Tür suchen. Genau diese dort. Lasst mal gut sein, Jungs. Ich will hier nur durch. Möchte gar nichts von euch. Ah, Störungstypen. Hm. Ist auch immer ein Riesenspaß. Wurfkugeln sind sehr, sehr nützlich. Bin ich jetzt nur... Nee, hier geht's weiter, oder? Die Tür ist offen unten. Das passt. Ah, hier sind wieder irgendwelche... ...wilden Wesen. Da ist eine Kiste. Warum nicht? Loote es. Loote es. Danke. Ah, okay. Eine Waffe. Weiß ich jetzt nicht. Wow. Okay. Geil. Ey, ihr Alchemisten müsst ihr wirklich Angst gehabt haben vor Eindringlingen, ne? Aber so richtig. Ah. Wo ist das? Oh. Hallo, Jungs. Lasst mich mal kurz... Ich hab da nur einen Schalter drücken müssen, Mensch. Ah ja, hier. Ah ja, hier. Da ist nochmal irgendein Loot. Ja, scheiß drauf. Benutze ich eh nicht. Einfach mal durchge-zoomt. Ey, guck mal, ne Leiter. Nice. Ja, ist ja direkt am Stargazer, oder? Ja, top. Und jetzt? Bestimmt wieder hier hoch. Ah, ich bin direkt in die richtige Richtung gelaufen. Hier geht's höher. Nice. Ja, kümmere ich mich um dich. Ah, dein Geschütz kannst du behalten. Nur mit deinem Maschinengewehr auf mich schießen. Das wäre uncool. Hallo? Jemand da? Nö. Ah, ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung ist. Was ist denn hier so los? Da geht's darunter. Da drüben steht einer, der rumballert. Da geht's so ne... Ah, schwer zu sagen. Also hier mach ich jetzt mal ein bisschen sauber. Bevor ich hier loslaufe und dann von überall beschossen werde. Da falle ich in den Tod. Na ja, fast hätte ich's vergessen. So, dann steht hier unten einer. Und dann stand da hinten drüben noch einer. Nice. Ja, 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 ja. Ist das hier so ein... Ist das hier ein Versuch? Wie heißt das Schloss in Dark Souls 1 nochmal? Zend's Fortress. Ist das ein Versuch, Zend's Fortress nachzubauen? So ein bisschen. Es geht auf jeden Fall in die Richtung. Oh. Äh. Ei. Grüß dich. Nee, nee. Warte. Gut. Warst. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft oder so ähnlich, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das ne gute Entscheidung war, ohne vorher unten zu gucken, was da los ist. Oh, hi. Hey. Der hat mich minimal erschreckt. Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Nicht so wirklich. So, jetzt ist... Okay, erst da rüber. Was? Ey. Und du, warte mal. Das ist mies. Du Sack. Komm mal da runter, ja. Nein, 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 nein. Nicht runterfallen. Mir scheint's, da geht's weiter. Deswegen werde ich jetzt erstmal die Leiter da aktivieren, die da hinten noch war. Und mal gucken, wo ich hier unten langkomme. Dass ich dann weiß, wo ich hinlaufen muss, auch. Ja, kann ich hier unten noch ne Tür aufmachen? Zufällig. Die beim Stargazer vielleicht? Ganz zufällig. Wait. Hier bin ich bei ihm wieder. Okay. Da bin ich ja vorhin hoch. Hm. Bisschen labyrinthisch ist es auch. Aber gut. Dann kann ich hier die Leiter nehmen. Wenn das hier ne Abkürzung ist, dann wird's ja wohl jetzt da vorne, rechts, hier weiter gehen. Vermute ich. Und das ist ein Bossraum. Ja gut. Der erste Versuch wird sowieso nicht klappen. Wer bist du? Bist ja immer noch Ah ne, du bist die Katze. Moment mal, du willst mich angreifen? Habe ich Lust mich mit dem anzulegen? Ach, nimm. Ich hatte ein Gefühl, dass wir letztendlich sehen können, wie ich sie sehen. Ich mag dich. Ich glaube nicht, aber ich bin ein Katz. Ich bin langsam, zu vertrauen. Ich bin schade. Ich bin schade. zu sterben, zu überleben. Schade, zu überleben. Zu überleben. Ja, okay. Warum entführst du Leute? Und stiehlst? Lass es doch einfach. Ich bin mir in die Augenblick. Ein neues Start als Familie. Und du musst wissen, dass der alte Mann, Giputl, ist sicher. Wir werden ihn niemals verhören. Also bitte, lass meine Frau gehen. Ultimately, wir wollen das gleiche. Ich bin minimal verwirrt, aber hey. Hier waren wir schon von Anfang an irgendwie suspekt, die Katze und der Fuchs. Was macht ihr überhaupt hier? Das ist doch, das ist doch hier... Alchemistengebiet. Moment mal, da ist eine Leiter. Wo führt mich diese Leiter hin? Bevor ich jetzt diesen Aufzug benutze. Nur zu diesem Loot? Anscheinend. Der weiß ganz genau, dass ich auf dem Weg zu seiner Schwester bin und lässt mich für ein bisschen Obst, lässt er mich durch. Jetzt kommt es auf seine Schwester an. Ich meine, er hat ja recht lieb gefragt. Das erste Mal zwar auch schon. Ich erinnere mich da dunkel. Da wollte ich nichts abgeben, weil die irgendwie suspekt waren. Jetzt haben sie Geppetto entführt. Ja, mein Verdacht war berechtigt. Bist du... Bist du ein Bosskampf? Da oben. Können wir das einfach lassen? Du bist einer von den Trotteln mit ganz seltsamen Eigenschaften. Wo muss ich lang? Runterwärts? Ei. Ihr seid alle Leute mit seltsamen Eigenschaften. Ihr seid so komische, giftige Bastarde. die mir meine Waffen kaputt machen und so ein Blödsinn. Ich will mit euch nicht kämpfen. Ich habe keinen Bock auf euch. Echt nicht. Ja, vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen viele geworden. Ah, nicht. Ah, Nein. Ah, schade. Aber den Loot konnte ich mitnehmen. Also, das ist jetzt tatsächlich irgendwie Labyrinth da drin. Ähm. Ja, ich laufe einfach mal so, wie ich eben gelaufen bin. Oh, hier geradeaus, dann mal links. Dann laufe ich hier mal rechts. Da geht's leider hoch. Die nehme ich mal. Darf ich? Danke. Da ist ein roter, da ist eine Abkürzung. Ist die direkt am Anfang? Sieht so aus, ne? Weil der Typ hier, der hier. Ah, nicht runterfallen. Könntest du bitte nicht so im Weg stehen, dass ich hier nicht vorbei kann? Kumpel, lass mich durch. Danke. Hier geht's weiter nach oben. Ich geh mal hier lang. Oh! Oh! Nochmal, die Wilden, ey. Nee, nee, nicht so hinstellen, dass ich nicht durchkomme. Danke. 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 Mann, ey. Ihr seid nervige Mistsäcke. Ist das hier ein Aufzug? Ah, irgendwas öffnet sich. Okay. Die Zellentüren gehen auf. Ja, das interessiert mich aber jetzt eher weniger. Shit. Hier war nur Loot. Verdammt. Die beiden prügeln sich. Wie geil ist das denn? Ja, macht ihr mal weiter. Haha. Nice. Was ist hier? Nix. Was ist hier? Geht's hier weiter? Nee, auch nicht. Sieht jedenfalls nicht so aus. Wo, wo geht's weiter? Ach, Mann, ey. Müssen die mich hier durch ein Labyrinth schicken? Ach, guck mal, hier bin ich das letzte Mal draufgegangen. Okay. Doch, durch das, durch das Tor hier, vielleicht, das aufgegangen ist. Ja, hier geht's auch nach oben, jedenfalls. Nee. Ey, ach, ihr Blöden. okay. Ich bin durchs Labyrinth irgendwie durchgekommen. Ah, wie heißt nochmal der Bösewicht im, in irgendeinem Resident Evil rennt auch einer mit Zylinder rum. Ähm, hier lang wohl anscheinend. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Runter? Oder rauf? Erstmal runter. Abkürzungen freischalten, wa? Ja. Wo auch immer diese Abkürzung mich hinführt. Stargazer. Ah, nice. Ja, perfekt. Das ist super. Und nach oben. Ähm. Muss ich hier runter? Ja, wahrscheinlich, ne? Sieht jedenfalls so aus. Aua. Oh, Jungs, das ist jetzt... Ein bisschen viel für mich. Nicht so hinstehen, dass ich nicht vorbeikomme. Das ist gemein. Hm, Abkürzung? Oder Loot? Oh nein, das ist nur Loot. Lack geht runter, verdammt. Er bleibt einfach auf der Leiter stehen, obwohl ich drück. Oh. Ja, aber sowas von Sans Fortress, ne? Aua. Oh, ich kann mich nicht mehr heilen. Da ist nur, da ist nur ein Loot. Hier geht's gar nicht weiter. Das ist ein bisschen schlecht. Egal. Hier geht's weiter. Nicht hauen jetzt. Ja, ja, macht was du willst da unten, aber hau mich bitte nicht. Jetzt ist dann aber auch langsam mal gut mit Sans Fortress. Darf jetzt dann zu Ende sein. Nach oben? Ich will zu nem Stargazer, Leute. Will nicht nach oben. Hier geht's richtig weit nach oben. Wahrscheinlich wär's, wär an dem Aufzug vorbei zum Stargazer gegangen. Hier ist nämlich Bossraum. Ah ne, da ist ein Stargazer. Ja, wunderbar. Gut. Mach auf, das Loch. Du siehst aus wie Romeo. Ein bisschen. Ne, du bist, ah, du bist der Begleiter von dem, von dem Alchemistenboy. Ah, hier ist auch die Gerätschaft. Uh, uh, ich will sein Schwert. Da kann meine Feuerwehr-Axt stinkt ab dagegen. So, was bist du? Die erste Version von Pinocchio? Laxasia, die Ganze. Ah, du bist ne Lady. Huch. Hören Sie bitte auf! Holy shit! Okay, 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 da muss ich viel öfter blocken, aber geht klar. Machen wir so. Oh, noch ein bisschen früher. Ah, das tut weh. Okay, Aoe haben wir also auch. da geht was. Ah, shit. Ah, das reicht nicht, das einmal zu tun. Okay. Ah, doch. das war kein perfekter Block, leider. Okay, 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 ich weiß jetzt, was mich erwartet. Wie lange ist die Angriffskombo? Ja. Die ist echt sehr, sehr lange. Da war ich auch gerade etwas überrascht. Da kam noch einer, noch mal, noch mal was, noch mal, ah ja, noch ein bisschen, dann drehe ich mich noch. So, meine Gute. Friss das! Okay. Ja, man kann aber ganz gut vor ihr wegrennen. Na, früher. Ich muss früher drücken. Ah, Mist. Früher drücken, bisschen früher drücken. Jetzt habe ich zu früh gedrückt. Ah ja, da die... Und diese verzögerten Angriffe sind krass bei ihr. Also sie lässt sich viel, viel Zeit mit dem zuhauen. Was steht eigentlich hier? Ich war der Erste, der vollendet wurde. Ich werde allein in die neue Welt hinausgehen. Okay. Warum habt ihr eigentlich Geppetto entführt? Der war da... Oder nee, so wie ich das verstanden habe, war der verantwortlich für die Nummer jetzt hier, ne? Ah, Mist. Ja. Die Explosion habe ich vorhin gesehen und noch gedacht. Ah, da darf ich nicht rein. Das ist ärgerlich, wenn sie so dran steht. Ah, der ist der... Also... Oh, dass da mich noch einer getroffen hat, war jetzt ein bisschen ärgerlich. Na, ich wollte unbedingt den schweren Angriff jetzt machen. Da war ich zu gierig. Da war ich zu gierig, ganz klar. Ich glaube, ich muss da auch keinen durchgezogenen schweren Angriff machen. Ich glaube, es reicht ein normaler schwerer Angriff und ich halte immer gedrückt. An der Stelle möchte ich aber was ausprobieren. Und zwar den Fabelkatalysator. Der müsste mir doch eigentlich... Die Fabeln voll auffüllen, ne? Oder zumindest ein Teil. Oh, das macht richtig dick Schaden. Holy shit. Oh, ein drittes Mal. Es kommt einfach ein drittes. Hm, nicht alle perfekt getroffen. Ich glaube, wenn man da alle perfekt trifft, dann geht wahrscheinlich auch das Schwert zu Bruch. Würde mich nicht wundern. Bei dem, bei der langen Angriffskette einmal alle perfekt treffen, alle Blocks, dann ist das erledigt. So, jetzt kann ich doch... Eigentlich müsste ich doch jetzt... Zack, zack, zack. Einmal hier Platz nehmen. Nochmal, zack. Nochmal Platz nehmen. So. 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 Oh, ich wollte... Ich hab... Ah. Hm. Weiß ich nicht. Ob das... Ob da mein Treffer einfach nicht registriert wurde. Oh, come on. Oh, come on. Oh. Oh, come on. Oh, come on. Alter, wie viel Schaden da rauskommt, ey. Äh, ja, die Angriffsmuster sind krass unterschiedlich, also, das war jetzt in der Runde jetzt gerade eben ganz anders als in der ersten Runde. Da war ich jetzt gerade sehr überrascht auch und unvorbereitet, dass es so anders läuft. Seval Hai, grüß dich schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. Und YouTube, ihr auch. Es bereitet mir eine große Freude, zu sehen, dass meine Videos geschaut werden. Pack, 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 pack. Pack, pack, nein, shit, keine Ausdauer gehabt. check, pack, 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 pack. LOL. Hehehehe. Einfach haben wir vorbeigerannt. Jetzt kommt noch mal ein Angriff Und jetzt darf ich Hm Nein Ah ärgerlich Oh Kann ich mir keinen Treffer erlauben hier gerade Ah fuck Das wird jetzt Zu eng Nein scheiße Oh ich hoffe natürlich auch dass ich jetzt hier nicht zu sehr spoilere aber ja manche stört das weniger Ich habe noch eine andere idee das mit dem fabel katalysator ist ganz nett Leider habe ich nur eine wurfkugel die sind richtig mächtig aber warum nicht kommen wir benutzen sie einfach dann ist sie verwendet Komm mal her kumpel und schluck meine kugel boing Ach zu spät gedrückt Scheiße Okay die kugel war unnütz Der arm Gottes What the fuck Ganz schön hohe Meinung von sich die Gude Weiß nicht mal was da drunter steckt aber es wird wahrscheinlich eine Puppe sein Worship Sir Manus Oh Elden Ring DLC will zu alles selber genießen Ah das ist schade Dass ich dich nicht Bei meinem Elden Ring DLC sehen kann im Chat in dem Fall Ich kann das absolut nachvollziehen Mist Aber es ist sehr sehr schade Leute Ach dieser dieser AOE Dreck Wenn du da schnell durch bist schaust du im Stream rein Leute Jetzt bin ich gerade am überlegen ob ich euch ein bisschen vorausspielen lasse Wenn keiner zuschaut Hallo ich habe Peilen gedrückt aber Pinocchio hat kein Bock Ich fange auch um 0 Uhr an tatsächlich Ich weiß nicht vielleicht könnt ihr den Stream ja leise machen Irgendwo in Hintergrund legen hinter irgendein anderes Fenster oder so Würde mich freuen wenn der ein oder andere vielleicht doch rein lurkt Okay 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 Oh Ach, come on. Dein scheiß AOE-Blödsinn da. Ah, das war ärgerlich, dass ihr mich trifft während dem Heal. Wie ein Schnitzel auf Donnerstag-Mitternacht. Ach, Leute, dass immer wieder solche Naps vorbeikommen müssen. Weg mit der Nachricht, so. Ist PC nicht erst mittags? Ja, das wäre natürlich hart. Das wäre schade. Ich habe jetzt eigentlich mich anders vorbereitet. Scheiße, mir reicht die Ausdauer nicht, ne? So wie du es auf Reddit liest, ist es 0 Uhr. Okay. Ja, oder den Stream am Handy anmachen und das Handy zur Seite legen oder sowas. Keine Ahnung. Würde mich freuen. Der arme Gottes wird bald erwachen. Ach so, bald. Okay. Das ist echt ein cooler Bosskampf. Hier habe ich auch überhaupt kein Bedürfnis, an diese Schüssel ranzugehen. Null. Das ist alles richtig gut. Das ist alles richtig gut. Oh, wow. Okay. Das war wild. Das ist alles richtig gut. Oh, wow. Oh, love. Oh, hon. Oh neee Darkweater hi PC kommt zuerst raus Julius hi Hey Knappes Pferd Ganz knappe Kiste Ah Mist Mist Den Satz merkst du dir für später Okay das heißt es kommt noch eine zweite Phase Hm Das ist natürlich Hart dann Das ist dann hart Richtig hart Wenn ich schwach werde Nennst du mich etwa schwach Solche Töne Schwach Das Wort existiert in meinem Wortschatz gar nicht Denn der Skill in meiner Familie ist unglaublich hoch ausgeprägt Wenn die Willenskraft nachlässt Gerade aktuell bin ich absolut zufrieden mit dem was hier passiert Äh Da muss ich zweimal drücken Da muss ich zweimal drücken Oh 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 Gemein Oh Oh War das jetzt gemein ey Miese Tante Und nochmal Scheiße Mist Diese kritische Angriff Der macht bei ihr auch nicht so viel Schaden glaube ich Das ist Dass ich da so Den so forcieren will Wenn es da unten leuchtet Ist ein bisschen ein Bait Bei ihr Ist ein bisschen ein Bait Vielleicht eher Sie in die Knie zwingen Und dann normal draufhauen dürfte Wesentlich mehr Schaden machen glaube ich sogar Zünden wir mal die Waffe an Das ist ein Bait Time Und dann las anda Die poke Du Et an wird f Did Wander Und hat A Achso, die Nummer jetzt. Ach, Mann. Ah, unnötiger Schaden. Nein, dämliches Schockgedönse. Oh. Nein, oh, shit. Ah, der Sprung am Ende. Ich dachte, ich könnte kurz von ihr weglaufen und sie dann, mhm, das war jetzt schon, das war gut. Da bin ich weit gekommen. Okay. Okay, genug geübt. Jetzt wird, jetzt wird getryharded. Was haben wir hier noch? Äh, nichts Spannendes. Scheiß drauf. Genug geübt, jetzt wird gekillt. Komm her. Ja. Okay. 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 Was ist das? 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 brenn endlich aber das war jetzt dumm das war doof gelaufen gerade ich wollte unbedingt dass sie es brennen anfängt aber man muss sie schon relativ häufig treffen mit der brennenden axt ich sollte auch mal zusätzliche schleifsteine einpacken vielleicht gibt es da noch irgendwie einen trick nach scheiße ach jetzt kommt trifft nämlich von anderen seite der schlag ist das ärgerlich ist das dämliche dieser dieser dämliche schild ich muss mich viel zu viel heilen in der ersten ach komm ey viel zu viel heilen in der ersten phase ist da habe ich gerade gefett hat alle tasten gedrückt die ich nicht hätte drücken sollen säure statt feuer ist ein versuch wert da haben wir jetzt schon ich habe ich habe keinen ich habe keinen besonderen schleifstein da müsste ich glaube ich wie funktioniert denn das hier da müsste ich die rein tun und davon habe ich nur zwei aber da haben wir jetzt ich weiß nicht ist das zu sehr gespoilert gerade ist das ein zu großer spoiler an der stelle die schild ist einfach kaputt gegangen durch die säure Okay. Okay. Nee, nee, nee. Ganz schlecht, ganz schlecht, nein. Bestimmt einen Versuch wert. Ja, das war auf jeden Fall ein Versuch wert. Ich bin nur, weil ich die nicht unendlich habe, diese anderen Schleifsteine, will ich eigentlich das gar nicht erst versuchen, weil ich stelle mich jetzt drauf ein, ich habe noch genau einen, ne? Oder werden die hier aufgefüllt? Habe ich noch welche? Ja, genau. Jetzt habe ich noch einen, ne? Das ist mega nice, aber ist schön, dass ich das jetzt für zwei Versuche probieren kann. Nein, naja und nicht mal, nicht mal für zwei Versuche, weil ich hier jetzt gerade die Taste verkackt habe. Jetzt habe ich keinen mehr. Gut. Schade. Deswegen versuche ich solche Sachen erst gar nicht. jetzt weiß ich, dass es geht. Scheiße. Das ist doch ätzend. Wo kriege ich jetzt sowas her? Wo kann ich irgendwie gar nicht, ne? Ah, kacke. Irgendwo kann ich die vielleicht kaufen oder so. Egal. Nee, einfach nicht. Einfach nicht machen. So Verbrauchsgegenstände ganz selten. Katzenstaub. Reduziert vorübergehend die Präsenz. Auf Advanced umskillen und Säure Speer spielen. Ja. Keine Ahnung, wo ich sowas finde. Liegt irgendwo rum. Wahrscheinlich habe ich ihn schon. Ich will aber gar nichts umskillen. Ehrlich gesagt. Das will ich gar nicht machen, weil. das will ich nicht machen. Fuck off, ey. Ah, so oft. Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass du es machst. Das war so. Das war schon so. Das ist die ganz normale Feueraxe, die man da am Anfang findet. Ich habe überhaupt nichts rum experimentiert. Ich fand das super von Anfang an. Da ist er doch. Klingel eines säurehaltigen Kristallspeers. Kann den nicht mal leveln. Den Polizeiknüppelgriff? Nö. Ich weiß nicht mal, was die LBY macht. Ich bin voll schlecht in solchen Spielen. Ich benutze, keine Ahnung, nur die Hälfte der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Aber das solltet ihr ja mittlerweile wissen. Die Legion-Ladung, die könnte ich auch mal benutzen. WTF? WTF? Wie sie einfach sich im 360-Move hier No-Scope 360 Headshot drückt, ey. Das war wild. Ein wilder, wilder Angriff. So. Hm. Laxasia die Ganze. Bei uns kriegen sie nicht nur ein halbes Schnitzel. Bei uns kriegen sie ein ganzes Schnitzel. Raraf, grüß dich! Ah! Ich bin am überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, dass ich ihm... das Schwert in der ersten Phase kaputt mache. Da wäre Laxasia die Ganze sogar besser. Wie viel wird es wohl brauchen, bis das Schwert kaputt geht? Wie viel wird es wohl brauchen, bis das Schwert kaputt geht? Wie viel wird es wohl brauchen, bis das Schwert kaputt geht? Wie viel wird es wohl brauchen, bis das Schwert kaputt geht? Nicht gut! G Luis! Oh man, okay, alles klar, let's go. Ah, köstlich. Hau mich noch ein bisschen, ich will schauen, wie lange es dauert, bis dein Schwert zerbricht. Ich block jetzt nur noch. Okay. Ups. Lass mich bitte aus dem Loch. Ich kämpfe jetzt nicht ganz so gerne in Ecken. In Ecken gedrückt zu sein, das ist nicht so geil, wenn ich nicht sehen kann, was passiert. Wahrscheinlich ist es verflucht schwer, so eine Kamera zu programmieren, die hier aus der Map rausgeht und die Wände durchscheinend macht, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen sind die Kameras, wenn man in Ecke gedrückt wird, immer so ein Horror. Du hast nen Screenshot dazu, wie geil ist das denn? Magst du den bitte in den Discord posten? Ja. 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 . Kom번 in den Lade Gerät. Oh, Mann. Komm, ich will dein Schwert kaputt machen. Lass mal sehen, wie lange dauert das. Dazu sollte ich aber auch eigentlich fast jeden perfekt treffen, ne? Dazu muss ich jeden Block perfekt treffen, sonst klappt das nicht. Bei Romeo habe ich es auch hingekriegt, danach war Romeo easy. Ah, das war zu früh. Ah, zu spät. Hm, nee. Okay. 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 Ah, ich wollte mich ein bisschen an ihr heilen noch. Das war nix. Das heilen hat leider nicht geklappt. Zu viel Schaden kassiert. Wenn ich aber alles perfekt block, ne? Dann muss ich eigentlich nicht ausweichen. Dann kann ich eventuell auch versuchen, hier ein bisschen höher zu gehen. Dass ich nicht ganz so viel Damage von ihr bekomme. Gucken wir mal, was passiert. Schauen wir mal. Wie viel... Wie viel... Wie viel das tatsächlich abhält jetzt an Schaden. Weiß ich nicht. Ob sich das lohnt? Nicht so wirklich, wie in allen Souls-Likes irgendwie. Hau mich! Es lohnt sich halt wirklich nicht, ne? Warum... Warum gibt's... Gibt's sowas in diesen Spielen? Warum gibt's... Rüstungswerte in diesen Spielen? Ich verstehe es nicht. In jedem Spiel sind die Rüstungen immer schmutz und unnötig. Also, nicht ganz. So ein bisschen was bringt's schon. Ich mein, nackt gegen Malenia kämpfen würde ich jetzt nicht wollen. Aber so richtig krassen Unterschied macht's halt doch nicht, ne? Ah, so ein bisschen Bewegungsfreiheit brauche ich aber schon. Also die ganz langsame Nummer ist hier... Ist hier... Das ist mir zu... Zu langsam an der Stelle. Bisschen. Ein bisschen ausweichen will ich schon können. Weil das, was ich jetzt hier aktuell mache, ist ja jetzt... Eine Barrel Roll. Also, Barrel Roll ist eigentlich ein Kunststück bei einem Flugzeug, aber... Die ist langsam. Also für Flugzeuge ist das natürlich schnell, aber es sieht im ersten Moment schon eher langsam aus. Komm! Ich will dein Schwert kaputt machen. Ich will dein Schwert kaputt machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist nicht, das ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das ist ein Stress. Ah, schade. Den leider den letzten nicht erwischt ordentlich. Es wird aber immer roter und roter und kriegt Brüche. Das wird schon, das wird schon. Ich will es einfach nur mal sehen, wie es, wie es ist. Wenn es in der zweiten Phase war, dann hat sie ja kein Schwert, mit dem sie Blitze schleudern kann. Macht eigentlich Aegis auch ihr Schwert kaputt, wenn sie Aegis, ähm, gerade mal ausprobieren? Ja, funktioniert auch. Shit. Ah, ärgerlich. Mist, zu spät. Zu spät, zu spät. Ist das nicht... Von wem ist der Song? Ist das ein ärztes Song? Nee, ne? Okay. So. 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 Ein dämliches Blitzzeug. Ah Mist, ich bin nicht in den Rhythmus reingekommen. Shit, das wäre es glaube ich gewesen. Wenn das jetzt geklappt hätte, dann hätte sie glaube ich kein Schwert mehr gehabt. Zumindest, also nur noch ein halbes. Laksasia, Prometheus Pad, hi, grüß dich. Auch mal wieder am Leben? Was war passiert? Das klingt ja, das klingt schrecklich, Pad. Die nach oben Blitzerei, die ist doof. Ja, okay. Komm, 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 wir killen jetzt dein Schwert. Komm, hau mich weiter, ich will dein Schwert kaputt machen. Let's go. Mist. 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 Scheiße! Ah, Kacke! Ich muss öfter hintereinander treffen. Es könnte sein, wenn ich einmal den großen Angriff komplett geblockt bekomme, dass es dann klappt. Abends wenig Zeit. Ach so, alles easy. Privatleben geht immer vor. Stell dir mal vor, ey. Das Internet. Videospiele. Okay. Also klar, ich meine, Games können dein Leben sein, so ne, aber... Trotzdem sollte man die Gesundheit immer vorlassen. Ah, das hat nicht funktioniert. Und wenn dann die Arbeit anstrengend ist, dann sollte man keine... Support für dich muss schon sein. Das ist lieb. Dankeschön. Ich habe gerade ein bisschen blödsinnig, wirren Zeug geredet. Nein, Arbeit und Privatleben und sowas. Geht einfach vor. Punkt. Geht immer vor. Ah, ich glaube ich... Ich glaube ich kill sie jetzt einfach. Ich glaube ich kill sie jetzt einfach. Hm, ja gut. Oder sie killt mich erstmal eine Runde. Ich krieg's mit dem Schwert, das dauert mir jetzt zu lang. Ich probier sie nochmal platt zu machen. Du darfst dich nicht spoilern. Du darfst dich nicht spoilern. Ja, ich denk's mir. Sagen alle. Ähm, tja. Ich weiß jetzt mittlerweile nicht mehr, was ich machen soll. Ja, ich bin so... Die Säge. War für jedenfalls, nur eine Bleu. Ich bin so... Aber ich habe hier ein Papa. Aber... Ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll. Schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich werde meinen Plan durchziehen. Ich werde um 0 Uhr anfangen. Mit dem Elden Ring DLC. Ich verstehe es, wenn keiner von euch da ist, aber ich möchte einmal probieren, wie es ist, mit der Erste zu sein, der auf YouTube ein Video dazu veröffentlicht. Ich muss herausfinden, ob es was bringt oder nicht. Aber dann werde ich vielleicht vom Plan absehen. Weil eigentlich war der Plan, dass ich halt dann auch das Wochenende richtig hart durchsuchte. Aber wenn von euch halt wirklich keiner zuschaut, ... Mist. Julius, das ist jetzt... Also ich wiederhole nur das, was mir vom Chat erzählt wird. Es ist wohl 0 Uhr. Dann mache ich eine Aufnahme um 0 Uhr. Eine. Verarbeite die. Und lad sie hoch. Und dann könnt ihr ja ein bisschen zocken. Mist, zu spät gedrückt. No, nee, war das knapp. Drei Tage durchzocken. Also ich habe das ganze Wochenende frei. Ich habe eigentlich schon, ich habe das extra abgeklärt. Mit Hübschi und mit der Kleinen und dass ich Zeit habe. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob überhaupt irgendwer zuschaut. Ach du mit deinem dämlichen AOE Blitzblödsinn. Hä? Nochmal? 12 oder 24 Stunden Stream zu Release. Nee, also das geht nicht. Weil ich will auf jeden Fall eine Stunde für YouTube mindestens Gameplay hochladen. direkt am ersten Tag. Zu früh, zu früh. Ich könnte aber... Ja, was ich natürlich machen kann... Funktioniert das mit dem Upload? Das müsste eigentlich funktionieren. Ah, wobei... Ich weiß nicht, ob ich dann streamen kann. Ja, so einen Tag später vielleicht einen 12 Stunden Stream machen. Ja, das wäre eine Idee, ne? Also 12 Stunden sind ja easy gemacht. Und ob ich dann einen 24 Stunden Stream draus mache, könnte man überlegen. Ich war jetzt gerade am überlegen, ob ich auf dem zweiten PC, den ich hier habe, das Schnittprogramm drauf packe. Weil so wie ich es mache, ist das mit dem Schneiden ja gerade für Elden Ring nicht jetzt so viel Arbeit. Was lange dauert ist, ähm... Ist die Verarbeitung. Die Verarbeitung dauert lange mit dem Programm, dass ich das in guter Qualität nach YouTube geschoben bekomme. Aber wenn ich die Dateien von diesem PC auf den PC packe und dann dort die Verarbeitung machen lasse und dann von dem PC auf YouTube hochlade, könnte ich gleichzeitig zocken und Videos verarbeiten. Das Schneiden ist wahrscheinlich in ein paar Minuten erledigt, weil bei Elden Ring schneide ich ja nur den Anfang und das Ende weg. Da bleibt ja das Gameplay unverändert. War ja der Wunsch auf YouTube. Ich hatte extra nachgefragt. Bei den Souls-Titeln. Unverändertes Gameplay. Ist nicht das Beste für den Kanal. Weil das Problem ist, wenn ein anderthalb Stunden Video halt im Schnitt 10 Minuten geguckt wird. Das erkennt ja YouTube. Und das findet YouTube nicht so geil. So, das was ich jetzt mache, ist auch nicht gerade das Beste. Das Video geht jetzt schon 2 Stunden 15. Ich bin seit 2 Stunden 15 in Lies of P. Wir machen hier auch bald Schluss jetzt. Ich hatte gehofft, ich komme durch. Ich bin auch gedanklich. Ich finde den Kampf gerade voll angenehm, so zum nebenher brabbeln. Das ist unglaublich. Ich weiß gar nicht warum. Das stresst mich überhaupt nicht hier. Das ist voll angenehm. Wir sind! Wir werden uns wachsen. Wir werden uns wachsen. Oh Mann, die Brutzler in Dark Souls waren schon genug und die Brutzler in Elden Ring sind auch eigentlich ausreichend. Wir brauchen keine Brutzler in Lies of P. Aber die Brutzler sind tausendmal besser als die mit dem ätzenden Säurezeug, ey. Das Säurezeug, das hat mich hart getriggert in diesem Spiel. Das Säurezeug, das hat mich hart getriggert. Das Säurezeug, das hat mich hart getriggert. ja 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 das war eng jetzt komme ich gerade wieder nicht mehr in die timings rein voll ärgerlich komm nicht auf die timings komm 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 komm